Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Die Malis ist auch dabei, ihr Freund ist auch dabei, der läuft hinter uns. Lia ist auch dabei? Felix ist auch dabei! Jaaa! So, wir gehen jetzt shoppen. Ich habe euch auf Instagram schon gesagt, dass wir noch ein paar Sachen besorgen müssen. Die werden wir jetzt besorgen. Zu Mediamarkt müssen wir, zu Babyrun müssen wir. Und wir nehmen euch mit viel Spaß. Hier ist die Kleine. Da gehts jetzt rein. Wir sind jetzt rein. First step. Baby won! Baby won! Baby won! Tats. Close step. 賾aglya voy. Next step! Wer zum ersten toll ist die Tonys? Dessuz. Hora war einfach dagegen. Wir sind bei den Tonys und es gibt im Moment 3 Tonys für 33 Euro, mega Schnäppchen. Deswegen schauen wir jetzt und suchen ein paar Tonys aus. Das ist Dreck, Schatz. Und was sagst du? Staubsauger. Aber ich finde, der Knopf nervt. Also mich nervt der einfach. Schatz, hier der vielleicht? Der Anzug. Das ist ihre Größe. Ja, guck mal. Sagst du das Ding? Tschüss. Schatz, schmeckt? Oh, jetzt hast du Ärmel. Glaubst du? Guck mal, ein Eis. 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 So, meine Lieben. Wir sind wieder zu Hause, wie ihr seht. Und ich wollte euch jetzt natürlich noch zeigen, was wir alles gekauft haben, was es alles geworden ist. Und genau, wir waren bei H&M, wir waren bei Mediamarkt. Habt ihr ja gesehen. Im Mediamarkt gab es ja die Tonys für 33 Euro, drei Stück. Da haben wir ordentlich zugeschlagen. Ich glaub, die zeig ich euch einfach mal zuerst. Das hier ist ja unsere Toniebox. Und den ersten Tonie, den wir mitgenommen haben, ist dieser hier. Das ist der Minimusiker. Und die Kleine hört dieses Hörgut zu von den Tonys und von Minimusiker. Da haben die nämlich zusammen einen Song geschrieben. Das hört sich so gern an, dass wir uns dachten, okay, dann muss dieser Minimusiker auf jeden Fall her. Genau, so sieht der aus. Und hier ist die Packung davon. Ja, das ist der erste Tonie, den wir mitgenommen haben. Dann gibt's auch Kreativ-Tonies, die waren auch im Angebot. Und da kann man selber was drauf spielen. Und da kam einmal der Opa mit. Da wollen wir eben gerne, dass der Opa dann eine Geschichte vorliest. Und die spielen wir hier rauf. Und dann kann Lea sich das immer anhören. Das Gleiche auch für die Oma. Da haben wir hier auch nochmal die Oma als Kreativ-Toni. Diese beiden gab's eben noch. Dann haben wir diese zwei noch mitgenommen. Das hier ist das Schweinchen. Das spielt 30 Tierlieder. Also zum Beispiel, oh Gott, die Oma fährt im Hühnerstall Motorrad und sowas ist hier glaube ich drauf. Also 30 Kinderlieder sind hier eben drauf. Dann sind hier 30 Kinderlieder, Spiel- und Bewegungslieder. Das ist dieser Hund hier. Dann haben wir mitgenommen Anne Kaffeekanne. Wurde viel, viel Gutes darüber erzählt. Finde ich persönlich nicht so krass. Also ich hätte mir mehr erhofft. Aber ja, jetzt haben wir sie zu Hause. Und wird natürlich auch hier gern gehört. Ja und dann haben wir noch diese zwei mitgenommen. Das hier ist einmal 30 Kindergartenlieder. Und hier haben wir einmal 30 Geburtstagslieder. So, ein kleines Mal hier neben mir. Ähm, genau. Der letzte Ton, den wir mitgenommen haben, ist Felix der Hase. Auch so ein Must-Have durch Felix eben. Und ja, die wollte Felix unbedingt haben. Genau. Und das waren jetzt alle Tonys, glaube ich, die ich euch zeigen wollte. Genau. Und neun Stück haben wir mitgenommen. Bei H&M kam dieser, ähm, Schneeanzug mit. Genau. Schneeanzug nennt man sowas. Den fand ich so schön. Eigentlich wollte ich einen anderen haben und hab da eigentlich auf den Wintersale gewartet. Ja, und heute, oder beziehungsweise am Wochenende war der dann doch ausverkauft. Leider durch den Wintersale, weil die waren einfach um 50% reduziert. Ja, da waren die Rosanen alle ausverkauft. Und, ähm, dann bin ich nochmal in die Babyabteilung. Und da gab's den Disney. Das war auch der letzte in ihrer Größe. Und in der Babyabteilung geht es ja nur bis 74. Und eigentlich tragen wir schon Größe 80. Und deswegen dachte ich, hm, passt der denn überhaupt noch? Und ja, er passt wirklich perfekt. Also das ist jetzt Größe 74 hier. Der hat gekostet 23 Euro von 35 runter, äh, reduziert. Also echt richtig, richtig günstig. Hier unten kann man auch die Füße so umschlagen. Das finde ich auch mega praktisch. Genau, entweder der Fuß guckt eben draus oder man kann das hier so umschlagen. Ähm, an den Ärmting geht das auch. Und innen ist er komplett hier aus diesem Plüsch. Und das ist so weich, Leute. Kann ich euch echt nur sagen. Das ist so schön. Und oben in der Kapuze hat er nochmal zwei Öhrchen. Ja, und ich finde ihn wirklich sehr schön. Der steht ja auch total gut. Und der passt echt, äh, ja, auf jeden Fall noch ein bisschen länger. Also er ist noch ein bisschen zu groß an den Beinen und so. Also das, da hat sich auf jeden Fall noch ein bisschen länger was von. Und der ist echt richtig schön. Also das Geld hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Ja, und dann kam bei H&M noch diese Hose hier mit, beziehungsweise diese Leggings. Die ist schon in Größe 98. Ähm, ja, aber die war auch im Sale. Und ist zwar von 13 auf 7 Euro reduziert. Und ich finde, äh, diesen Stil einfach so schön. Mir gefällt das total gut. Und die Kleine hat ganz viel von diesen Leggings. Und deswegen musste ich die erst mitnehmen, wenn die so krass reduziert ist. Hier so Bommelchen noch dran. Und hier habe ich die jetzt auch so ein bisschen umgekrempelt. Und so passt sie ihr sogar schon, ne? Also so ist die normale Länge. Und ich habe die einmal umgekrempelt und so passt die schon. Deswegen kann sie die auch jetzt schon anziehen. Und krempelt die man halt so ein bisschen um. Aber hier oben ist die ja auch nicht so weit. Sondern die passt, denke ich, schon. Die werden jetzt mal anprobieren. Aber die fand ich auch so schön. Die musste mit. Ja, und mehr haben wir auch nicht gekauft. Das war's auch. Reicht ja auch. War genug Geld. Genau. Ähm, die Kleine spielt jetzt gerade hier unten auf dem Boden. Und ich, äh, werde mich heute so ein bisschen entspannen. Ich habe nämlich mich gestern am Fuß verletzt. Ähm, und es ist echt total anstrengend, weil man nicht richtig gut laufen kann. Und dann mit Baby auf dem Arm die ganze Zeit. Ja. Aber, ähm, ich werde mich jetzt mit der Kleinen nochmal hinlegen. Die muss nämlich sowieso nochmal Mittagsschlaf machen. Und, ähm, dann muss ich nachher unbedingt nochmal zu Rossmann, wenn Felix von der Arbeit wieder gekommen ist. Weil wir noch Windelflies brauchen für die Stoffwindeln. Und das gibt's bei unserem Rossmann. Und deswegen wollte ich das kurz mal kaufen. Weil ohne ist, äh, echt blöd, wenn sie schon Beikost bekommt. Ähm, ja, das ist nämlich nicht so gut für die Waschmaschine. Genau. Deswegen brauchen wir dann nochmal Windelflies. Heute bin ich schon komplett ohne. Also wirklich ohne, weil es einfach nicht anders geht. Ich habe eben kein Windelflies mehr. Ähm, ja, mal schauen. Ich wasche die Stoffwindeln immer schon per Hand aus. Aber, ey, ist natürlich auch nichts in der Sache, ne? Wenn es schon sowas gibt, dann soll man das auch benutzen. Genau. Ich werde jetzt hier erstmal noch ein bisschen aufräumen. Äh, Wäsche aufhängen. Ähm, saugen, wischen. Einmal das komplette Programm werde ich hier jetzt machen. Und dann sitzt die unten. Robbt immer auf dem Po hin und her. Ja, ne, robbst du immer hin und her, Bibi. Ja, bevor ich, äh, euch jetzt den Rest zeige bzw. doch euch doch so ein bisschen durch mein Haushalt hier mitnehme, Wollte ich euch noch kurz ein Video einblenden Was ich, ähm, letztes Jahr gedreht habe. Hört sich voll komisch an, aber ja. Ähm, ähm, genau. Das blende ich euch einfach jetzt mal ein. Hallo meine Lieben, ich wollte euch jetzt eben noch kurz ein Paket zeigen. Das kam jetzt die letzten Tage. Das ist echt riesengroß und das kam von blumenkinder.de und wir haben ja schon mal ein Paket von denen bekommen. Das ist ein Online-Shop, da gibt es wirklich alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Also es gibt dort Stoff zum Selbernähen, es gibt dort alles an Monatshygiene für Frauen, Stoffbindeln, Stoffbindelneinlagen, Babygeschirr zum Essen. Es gibt dort Küchenutensilien, Waschmittel, alles eben nachhaltig und so. Also wer sich da ein bisschen upgraden möchte, der kann auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das lohnt sich extrem. Also man ist da auch einige Zeit beschäftigt in dem Online-Shop, weil man einfach so viel Auswahl hat. Und die Kleine sitzt hier neben mir, das heißt, wenn ihr irgendwas hört, wenn irgendwas ist, dann wisst ihr, woran es liegt. Und ich würde einfach auch direkt loslegen mit dem Paket, weil es eben echt wirklich richtig, richtig groß ist. Und anfangen tun wir einfach mal mit diesem Mullwindelset. Und zwar ist das von Bambino Mio. Und das finde ich so süß, dass hier einmal so ein mit Blumen, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, das sind Blumen. So komische blaue Blumen hier. Das sind aber einmal mit Wolken und einmal mit so einem Strichmuster. Das sind eben drei Stück. Und die sind hier unten, kann man die so anfassen. Die sind schön weich. 70x70 sind die aus Muselin. Ja, bin ich wirklich gespannt, wie die sind. Von der Marke habe ich nämlich noch gar keine gehabt. Ja, Spuckdücher kann man nie genug haben. Spuckdücher benutzen wir ja auch zum Wickeln. Also wir benutzen nicht die, die wir für ihren normalen Alltag benutzen, auch zum Wickeln, sondern wir haben extra welche zum Wickeln. Sonst würde ich das auch ein bisschen eklig finden. Ja, dann geht es weiter mit einer Nachtwindel. Nachtwindeln brauchen wir echt noch ein paar, weil da habe ich, glaube ich, nur vier oder fünf Stück. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass wir eben immer nur einmal die Woche waschen. Und ja, da brauchten wir jetzt auf jeden Fall nochmal eine Nachtwindel. Genau, die ist von Petite Lulu und ist mit so Autos drauf. Muss ja nicht immer alles in Mädchen sein, sondern mal mit so Autos drauf. Auch richtig cool. Genau, und die sind eben innen mit einer großen Einlage und einer Fleeceinlage. Hier kann ich das nochmal zeigen. Also hier ist eben der Fleeceliner und dann ist hier eben diese große Einlage drin. Genau, so sehen die Windeln von Petite Lulu alle aus. So, machen wir weiter mit Monatshygiene. Da habe ich jetzt mir auch ein paar Sachen rausgeguckt, weil ich das Ganze einfach mal ausprobieren wollte. Und zwar fängt es an mit so einer Slip-Einlage hier. Die sieht so aus. Und das kann man hier eben so dann an den Schlibber knöpfen sozusagen. Also, dass es auch wirklich hält. Da ist eben nichts mit Klebe oder so, sondern hier zwischen ist dann sozusagen der Schlibber. Und dann hält es eben so da drauf. Da haben wir jetzt einmal diese hier. Die ist von Mai Yat. Kenne ich nicht, aber ja. Ist auf jeden Fall schon mal richtig weich und echt einer meiner Favoriten hier aus dem Set. Dann haben wir so eine hier. Die sieht so aus, genau. Und auch die hat wieder hier diese Snappys, so zum Rummachen. Da bin ich auch sehr gespannt. Die finde ich jetzt so ein bisschen hart, so. Also, die, ne, wenn man die so drückt, dann fällt die immer wieder in die normale Dings, weil die ist sehr hart hier. Aber vielleicht ist die deswegen auch besonders gut. Ich weiß es nicht. Dann haben wir diese hier noch. Hier finde ich das gut. Die hat zwei Snaps. Also, man kann das hier wirklich der Größe einstellen, sozusagen. Genau, wie man das eben haben möchte. Also, hier sind auch nochmal so Streifen, ne. Entweder so oder halt eben so ein bisschen breiter. Wie man das eben gerne hätte. Die ist von... Oh, das steht hier gar nicht drauf. Und dann bin ich begeistert von diesem Set hier. Das ist von Blümchen. Und Blümchen ist ja echt so eine Marke. Die sind etwas günstiger. Auch was Stoffbelehen angeht. Aber das heißt nicht, dass die schlechter sind. Also, die Stoffbelehen von Blümchen sind mega. Und jetzt auch hier von diesem Set bin ich total begeistert. Das sind jetzt Binden. Und die sind hinten ein bisschen größer am Poshi. Und, äh, ja. Sieht einfach mega aus, oder? Also, das hier ist mega flauschig. Dann erstmal der Schnitt. Gefällt mir super. Und dann hat sie natürlich hier auch wieder das zum Snappen so. Die Kleine nimmt gerade den Karton aus. Also, nicht wundern. Genau, und dann sieht das Ganze so aus. Hier auf der Rückseite hat sie so ein schönes Blumendesign. Dann in dem Set ist nämlich ein Dreier-Set. Auch noch diese dabei. Mit so Federn. Und in Blau. Genau dasselbe. Und dann meine neue Lieblings. Mit Flamongos. Also Flamingos. Genau. Auch richtig toll. Und hier natürlich schön in Pink. Ja, das ist jetzt so, was Monashigiene angeht. Hier, mein Schatz. Kannst du da mitspielen, ja? Oder willst du hier mitspielen? Ja, ähm, weil da wollten wir es auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann machen wir weiter mit meiner Lieblingsmarke. Und zwar Rumbaroo. Also, die sind einfach so toll, was die Überhosen angeht. Aber auch die Pocketwindel. Das hier zum Beispiel ist eine Pocketwindel. In dem Design Charlie habe ich das jetzt hier gewählt. Eigentlich hätte ich gern das Weihnachtsdesign gehabt, aber das war ausverkauft. Wie überall. Überall ist es ausverkauft. Das ist so traurig, weil das ist so schön. Hier haben wir natürlich auch wieder ganz viele Snaps. Auch hier, ne, kann man das hier richtig schön groß machen, sozusagen. Und was ich bei diesen Pocketwindeln einfach so genial finde, ist hier das innere doppelte Weinmütchen. Und zwar dieses hier. Das ist so genial. Mir ist noch keine Rumbaroo ausgelaufen. Ähm, ja, und hier gibt er ordentlich Gas an. Ja, ähm, und dazu gibt es immer diese Einlage hier. Die kann man hier immer verschieden snappen, wie man sie halt gerade braucht. Und die wird dann da hinten eben reingelegt. Und allgemein dieses System, die Art und Weise, finde ich einfach so genial bei Rumbaroo. Also, das ist echt eine der Top-Marken bei uns. Ist jetzt, glaube ich, auch schon die vierte Windel, die wir davon haben. Gut, weiter geht's mit, äh, Stopp, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Stopp. Da habe ich nämlich auch mir ein riesen Paket ausgesucht. Ähm, weil ich, äh, ja, so ein bisschen rumtesten will, was Stoppwindeln angeht. Und da habe ich mir einmal diesen Stopp hier ausgesucht. Der ist so rot mit so, äh, Kleeblättern drauf. Genau. Das ist, glaube ich, jetzt so ein Hanfgemisch. Genau, so ein Hanfgemisch. Dann habe ich, äh, hier noch so einen Ocker. Das ist, glaube ich, Wolle. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da muss ich auf die Rechnung schauen. Hier haben wir ein Wollvlies. Das ist so beige. Richtig schön dickes Wollvlies. Und dann habe ich hier noch so ein Frottee. So, der ist auch richtig schön weich. Und dann habe ich hier, ist, glaube ich, auch noch ein Frottee. So sieht das aus. Genau. Ja, da bin ich aber echt gespannt. Wie gesagt, ich möchte mich so ein bisschen ausprobieren, was Stoppwindeln angeht. Eventuell mal ein paar selber nähen oder so. Deswegen habe ich mir jetzt hier diese Ausstattung gekauft. Ich, äh, hoffe ich komme damit ein bisschen weit. Und dann haben wir noch ein großes Paket von diesen Einlagen hier mitgenommen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil die wirklich relativ groß sind. Ähm, genau. Das sind die von Blümchen, die Prefalls in Größe L. So sehen die aus. Ja, schau ich mal, weil ich finde die doch schon ganz schön groß. Ähm. Ja, aber testen wir auf jeden Fall auch mal aus. Kommen jetzt auch direkt mit in die Wäsche. Genau, wie gesagt, die von Blümchen sind das auch in Größe L. Und ich liebe ja die Prefalls von Blümchen. Die sind wirklich die tollsten. Dann machen wir weiter mit einer Popolini Easy Free. Und zwar hatten wir die schon mal. Ich glaube, ihr könnt euch erinnern. Äh, diese Windel hatten wir schon mal. Und Popolini hat drei Größen. Einmal S, M und L. Oder ich glaube sogar noch XL. Ähm. Und M haben wir damals zugeschickt bekommen. Und die gingen bis 10 Kilo. Und jetzt wiegt die Kleine aus 10 Kilo. Und die Windel ist leider zu klein geworden. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Modell L. Und L, also die Größe L geht von 9 bis 15 Kilo. So, also wahrscheinlich so die letzte Popolini. Ja, ich bin von diesen Easy Free Windeln so begeistert, dass ich echt, äh, die nochmal haben musste. Das ist eben auch sozusagen, die ist auch bekannt unter den Abhaltewindeln. Weil sie eben hier, das wusste ich das letzte Mal noch nicht, ähm, diesen Gurs hier haben. Und, äh, das ist eben dafür da. Hier kommt eben so der Bauch des Kindes rein. So. Und das kann man hier auch verschieden einstellen, ne. Je nachdem. Und wenn man das Kind abhalten möchte, dann fällt halt die ganze Windel nicht ab. Sondern man macht halt eben nur hier diese beiden Klettverschlüsse auf. Dann fällt die Windel so. Der Popo ist frei. Aber sie ist halt immer noch am Kind dran. Und wenn das Kindchen fertig ist, macht man sie einfach wieder rum. Und zack. Ja, deswegen ist es halt so auch eine Abhaltewindel. Was ich so toll an diesen Windeln finde, also wir benutzen die nicht als Abhaltswindel. Ähm, einfach allgemein das System. Also wir haben hier eine Wanne. Und da drin ist eine Einlage. Das ist alles eingeknöpft, also eingesnappt. Und, ähm, man könnte, wenn man mehrere Einlagen hat, kann man einfach die Einlage rausnehmen, wenn sie voll ist. Die Windel eventuell auswischen oder kurz auslüften lassen. Eine neue Einlage rein und man muss das System, oder man muss die ganze Windel nicht waschen. Das finde ich wirklich total toll. Ähm, ja. Also, außen ist sie eben richtig weich. Ich glaube, das ist so eine Art Jersey. Und der Wasserdichteanteil ist eben diese Wanne hier drin. Auch die könnt ihr komplett rausnehmen. Was halt bedeutet, wenn die Wanne manchmal verdreckt ist, könnt ihr die Wanne raussnappen. Dann habt ihr diese Windel hier in der Hand. Und könnt dort einfach eine neue Wanne einsnappen. Nehmt einfach eine neue Wanne. Snappt die hier rein. Und dann könnt ihr die Windel so nochmal benutzen. Die äußere Windel ist meistens nie verdreckt. Also, ich hatte das glaube ich noch gar nicht, dass die irgendwie verdreckt ist. Außer hier oben manchmal. Also, bei uns war das hier oben mal. Dann kann man sie natürlich waschen. Oder man wäscht halt eben nur das, was dreckig ist, ne? Könnt ihr das ja hier auch abmachen. Und dann machen wir weiter mit den letzten drei Sachen. Ganz schnell, bevor die Kleine hier noch weint. Ähm, einmal Snappys. Das sind diese Dinger hier. Die sind dafür da, wenn man um das Kind herumwickelt. Mit einer Mullwindel zum Beispiel. Und da habe ich mich hier für ein Dreier-Set entschieden. Weil ich habe nur einen grünen Snappy. Und der ist mir jetzt verloren gegangen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, da muss nochmal ein Dreier-Set her, bevor wir die wieder verlieren. Einmal in einem schönen rosa, in einem lila, lila und in einem flieder, lila. Genau, einmal so ein Dreier-Set. Die sind auch echt total günstig. Ich glaube, das Dreier-Set kostet ungefähr 5 oder 6 Euro. Das geht total. Und wie gesagt, ich wickele total oft ums Kind herum. Und es gibt auch mal Wochen, wo ich nur ums Kind herum wickele. Das kommt immer darauf an, wie viel sie piescht. Und wenn wir zum Beispiel länger unterwegs sind, dann wickele ich ungern ums Kind herum. Weil die Windeln nicht so lange halten. Weil es halt eben meistens nur eine Mullwindel ist. Manchmal booste ich sie noch mit einer Little Lamp-Einlage. Aber so allgemein halten die ganz normalen Windeln halt meistens länger. Und wenn es aber wirklich mal eine Woche gibt, wo ich ums Kind herum wickele, dann ist es meistens auch so, dass ich am Ende der Woche nur eine Waschmaschine mit Mullwindeln habe. Oder eben mit Pre-Fall. Deswegen die Snappies. So, dann habe ich mir nochmal ausgeguckt. So ein Set hier an Bambusspucktüchern. Da bin ich auch echt gespannt, wie die sind. Genau, Bambuswindeln mit Aufdruck. 70% Bambusviskose, 30% Baumwolle. 70x70. Eben Spucktücher sozusagen aus Bambusviskose. Da haben wir einmal hier eins mit so Sternchen in lila und eins in komplett lila. Das ist hier so eingerollt. Das ist von XKKO. Bin ich wirklich sehr gespannt. Also anfassen tun die sich fast wie die ganz normalen. Bin wirklich sehr gespannt, wie die sind. So und das letzte Teil. Eine Rumbaroos Überhose. Ein Cover zum um das Kind herum wickeln sozusagen. Kannst aber auch eine Pre-Fall oder so reinlegen. Das ist gar kein Problem. Okay, dieses Design hat uns noch gefehlt. Und wie gesagt, ich liebe ums Kind herum wickeln. Nimmt man einfach eine Mullwindel, wickelt es rum mit dem Snappy, machst du es fest und dann kommt diese Überhose drüber und fertig. Ja, das war die Stoffwindelausbeute von Blumenkinder. Ich hoffe euch hat das gefallen, dieser kleine Haul. Jetzt wollte ich euch noch kurz einmal ein Paket von Stoffis zeigen. Und ein Paket von Windelingen. Fangen wir an mit Stoffis. Stoffis hat mir ein Paket geschickt zum neuen Jahr sozusagen. Also die haben mir einfach ein Neujahrsgeschenk gemacht. Und da war einmal diese Windel hier drin. Die ist von Thirstys. Das ist eine All in One. Richtig cool hier mit diesem Winterdesign. Richtig schön. Ich liebe ja die All in Ones von Thirstys. Das sind für mich eine der besten All in Ones. Weil die einfach auch so extrem viel saugen. Also falls ihr auf der Suche nach All in Ones seid, schaut auf jeden Fall bei Thirstys bis zum Beispiel bei Stoffis vorbei. Weil die saugen extrem viel, obwohl die nur zwei kleine Einlagen haben. Ja, so sieht die von innen aus. Wir haben hier einmal eine Einlage und die gleiche sozusagen nochmal. Ihr könnt sie hier in den Laschen nochmal boosten. Oder ihr legt zwischendrin oder unter einfach noch einen Booster. Mache ich auch manchmal. Genau. Und dann sieht die eben so aus. Das ist ein All in One. Alles in allem. Finde ich wie gesagt total toll. Und ich habe schon, ich glaube 5 All in Ones von Thirstys. Und ich liebe die einfach. Ich freue mich immer wenn die aus der Wäsche wieder da sind. Weil die sind einfach perfekt für unterwegs. Und so kann man hier auch nochmal schön snappen. Schön klein snappen. So für die ganz Kleinen. Ja wirklich eine ganz ganz tolle Windel. Dann eine neue Marke. Die kenne ich so noch gar nicht. Und zwar Mama Koala. Da habe ich diese beiden hier von Stoffys bekommen. Die Designs sind auch einfach der Hammer. Also hier immer mit so Faultieren drauf. Ich glaube hier seht ihr das einmal besser. Richtig cool oder? Genau. Und da war ich auch ganz gespannt. Oder bin ganz gespannt wie die sind. Eine spielt gerade hier unten. Weil wie gesagt die kenne ich noch gar nicht. Und auch die Einlagen. Also da ist einmal eine Einlage drin. Die ist so einzeln. Und die andere Einlage kann man so kleiner und größer snappen. Also ihr könnt die halt sozusagen dem Kind anpassen. Je nachdem wie ihr halt die Windel verkleinert. Könnt ihr hier auch die Einlage verkleinern. Das finde ich total interessant. Und genau. Hier sind also zwei Einlagen schon dabei. Und das ganze hier ist eine Pocket Windel. Das heißt sie hat hier hinten am Po eine Lasche. Und da steckt ihr diese beiden Einlagen dann rein. Und dann ist die genauso wie eine All in One sozusagen. Ja. So sieht die eben aus. Hier könnt ihr die natürlich auch ganz variabel snappen. So wie ihr sie eben braucht. Ja. Ich bin wirklich sehr gespannt wie die sind. Sieht auf jeden Fall schon mal mega cool aus. Ich komme jetzt gleich direkt mit in die Wäsche. Und das nächste Design ist dieses hier. Das ist eigentlich genau dasselbe. Also das sind zwei die gleichen Windeln. Ich wollte hier nur noch einmal das Design zeigen. Das ist so Safari mäßig. Auch richtig cool. Die mit so Nashörnern. Und Elefant. Giraffe und so. Auch richtig schön. Also der Schnitt und so wie die so. Der erste Blick ist äh. Der erste Eindruck ist mega von den Windeln. Also ich bin echt total überzeugt grad. Aber wie gesagt. Ich muss die erst mal testen. Wie die so sind. Und werde euch dann auf jeden Fall berichten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Ob ihr schon Erfahrung damit habt. Mit den Mama Koalas. Ähm ja. Ich bin auf jeden Fall von den Designs schon mal mega begeistert. Also da muss ich daher auf jeden Fall nochmal auf der Website schauen. Was die da so für Designs haben. Ich bin da ja so ein totaler ähm. Ähm. Ja. Also. Wenn mir ein Design gefällt. Dann muss ich es eigentlich haben. Aber. Ne. Man muss sich auch mal ein bisschen zügeln. Ja. Also wir wickeln in Kombination mit Wollwindeln. Und da haben wir. Wickel. Wickel. Windelinge. Haben mir zwei Wollwindeln zugeschickt. Und zwar. Einmal diese hier. Mit äh. Schweinchen drauf. Das ist so süß Leute. Oh mein Gott. Ähm. Genau. Einmal mit so einem Schweinchen. Seht ihr das? Ja. Ich glaube ja. Und die sind innen aus ähm. Ey. Die sind innen aus Merino-Strick. Das heißt natürlich Wolle. Und ähm. Die Windelinge lassen sich so verkleinern, dass ihr eben hier das so runter macht. Genau. Und dann die Windel eben so schließt. Wisst ihr, was ich meine? So verkleinert ihr die Windel. Ich bin total gespannt, wie die sind. Ich habe bis jetzt hier nur Wollwindeln mit Wollvlies. Also ich bin total gespannt, wie das mit dem Merino-Strick läuft. Ähm. Die sind so dünn. Das fühlt sich gar nicht so an, als wären die irgendwie dicht oder so. Also ich bin wirklich total gespannt, wie die sind. So vom ersten Eindruck sehr schön vernäht. Gummis sind richtig schön. Also die sind richtig schön straff. Ich glaube, die halten ordentlich was aus. Ähm. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das zweite Design ist dieses hier. Das ist so grau hier. Und hinten dann so ganz vielen Tieren drauf. Auch mega cool mit dem Fuchs und so. Auch ähm. Hier haben wir Merino-Strick. Dann haben sie dazu geparkt einmal Wollfett. Das braucht man nämlich natürlich zum Fetten der Windeln. Da haben wir hier einmal 100 Milliliter Lanolin. Und was äh jetzt ganz neu ist. Habe ich nämlich noch gar nicht. Äh. Wollfettseife. Zitronengras. Rosmarin. Und oh mein Gott, Leute. Die riecht so genial. Ich bin echt so verliebt. Das ganze Paket riecht danach. Das würde ich mir sogar hier irgendwo hinstellen. Ja. Da bin ich auf jeden Fall mega gespannt. Ähm. Die ist ja dann zum Reinigen. So sieht die aus. Die riecht extrem nach Zitronengras. Also gehts eines besser anders. Das ist ja verliert noch gar nicht. Wie Herr Olden hat sieawan. Ja. 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 Du bist es beispielsweise lau. Wir beginnen. Ich bin immer wieder. Wir tricky. So, Wäsche ist aufgehängt. Das ist jetzt übrigens so die Stoffwindelwäsche von einer Woche. Wir haben hier die Überhosen, Nachtwindeln, ja alles was wir so in einer Woche brauchen. Paul & Ron sind hier noch und Riesenbergeinlagen und Waschlappen natürlich, Fleece Liner. Genau, das ist so ungefähr das was wir jetzt in einer Woche brauchen. Wir waschen nämlich nur noch einmal die Woche, damit kommen wir super aus und das ist immer eine ganze Waschmaschine und genau, also das brauchen wir so ungefähr in einer Woche. Ich habe jetzt hier übrigens meine eigene Nähecke. Hier schneide ich immer zu. Das ist mein Rollschneider und meine Matte. Und hier habe ich jetzt auch noch Stoff gekauft. Stimmt, den habe ich auch noch mitgenommen. Einmal so einen Weikstoff in rosa habe ich mitgenommen. Diesen hier, den fand ich auch richtig schön mit den High Stoff Ballons. Und einen zämpfgelben Jersey. Ja, und das ist meine Nähecke hier.